hallo schönen guten morgen ja aus den medien und der presse ist ja bekannt was zurzeit ist ja die documenta sehr im gespräch aber guckt doch mal was heute hier los ist wie viele besucher und gäste die tradition und das freut mich macht euch selber einen eindruck kommt nach kassel alle sind willkommen egal welche kulturen liebe grüße die doden angeschlagen stehen hier an wir wollen alle ins politianum viele gäste die documenta gäste in kassel so Untertitelung. BR 2018 Wir haben angeschlagen, stehen hier an. Wir wollen alle ins Felicianum. Viele Gäste, viele Documenta-Gäste in Kassel. Also wie gesagt, kommt nach Kassel. Ich würde mich sehr freuen. Und man muss sich immer selber einen Eindruck verschaffen. Wie jetzt die Documenta in der Presse dargestellt wird weltweit, das macht mich ganz traurig. Und das war auch nicht im Sinne von Arnold Bode, der ja 1955, also im 50er-Jahren, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 1952 oder 1955 der Gründer der Documenta war. Ja. Und die Grüße.